wunderschönen guten tag abend oder wann auch immer das video schaut und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von batman arkham ich glaube das war city ich bin mir gerade nicht mehr sicher jedenfalls mit mir dem robin grüßt euch es ist eine ewigkeit her ich gebe gleich mal in stufenaufstieg weil wir werden hier gleich mit einem level abbegrüßt das finde ich ja schon mal richtig geil ich glaube ich sollte öfters weg bleiben und ich glaube wir machen mal sweet ein bausparvertrag ewig lang ist sehr für mich zumindest ich glaube auf dem kanal ist es noch nicht so lange her da liefen die folgen eigentlich konsequent immer durch ja ich habe meinen debakel mit grafikkarten hat sich hochgeschaukelt zu einem großen finale als meine erste grafikkarte kaputt gegangen ist ich dann vom kumpel die grafikkarte bekommen dann diese grafikkarte auch abgeraucht ist und ich jetzt noch eine grafik hat es mir geholt habe also naja aber jetzt sollte es leben deswegen nicht lang schnacken hier oben war übrigens ein riddle rätsel was ich gerade beim beim testen gefunden habe ich habe natürlich noch alles neu einstellen wir müssen von der aufnahme her dies dass ananas und wir müssen nämlich hier noch was entdecken deswegen habe ich jetzt bin ich jetzt nicht schon mal weggelaufen neuer plan ich verfolge die league of assassins wieso was haben die mit all dem zu tun oh eine sekunde geht es um ras oder seine tochter pinguin lässt ein mitglied der league of assassins im gefängnis festhalten ich kenne das zeichen sie ist ein mitglied von talias elite wache ich wusste es was ist nur an dieser frau dass sie für dich augenblicklich zur wichtigsten person der welt wird talia ist nicht das ziel barbara ich habe unfertiges heilmittel hochgeladen ich glaube die antwort findet sich ja wo ich hier noch was kennen oder wie rum ist da noch so eine lupe da kann ich jetzt einfach gehen kann ich auch laufen ach das war das ich bin auch nicht mehr sicher habe ich das einmal zum controller gespielt oder mit die tastatur leute das weiß aber schon einer von euch kommt macht es mir aber keine ahnung mehr leute ich bin doch hier keine ahnung vergesslich seine großvater aber egal kriegen wir schon hin wir müssen wahrscheinlich wieder die sicht einschalten weil sonst haben wir keine ahnung wo wir perfekt hinlaufen müssen seilwerfer sie haben sie eine anfrage zur league in dem computer eingespeist und weitere ausrüstung angefordert haben sie schon über einen größeren gürtel nachgedacht habe ich zu schwer macht mich langsam sagt bescheid wenn es hier ist ein größer gürtel ist hoch kein anungen sagte noch wenn kommt in meine sammlung dann war er plötzlich weg das gefällt mir nicht nein okay jetzt üben wir noch ein bisschen das kampf geschehen Genau, rechtsklick war kontern, oh, linksklick war schlagen und dann einfach nur wild linksklick Simulator spielen Einfach nur mal in die Richtung, wo irgendwo mal ein Gegner war, der wahrscheinlich gleich wieder aufsteht Und einfach nur linksklicken, linksklicken, ja, ah, da ist es genau zwei, oh, drei Da, da habe ich direkt das Schille kassiert, ja, kriegt er erstmal den Basie in den Nacken Was war das denn? Mit dem richtigen Spiel, ey, was ist denn hier los? War das schon immer so krass, die Moves? Like Jagger, oder was? Ist ja immer noch einer Oh, schon wieder die Schille kassiert Ich gebe dir mal eine richtige Schelle So, ist schön wieder hier zu sein Geil So, Leute, ich will da irgendwie, warte mal, ich habe auch hier das Geld und die Möglichkeiten Geil Jetzt lernen wir gerade nochmal schnell, wie nochmal hacken geht Äh Ja, Metropolis, klar, Passwort, Alter Da hätte ich auch als Superdetektiv auch mal drauf kommen können So Achso, stimmt, ich muss ja gucken, wohin die geht, die, Alter Hier unter der Decke war, also von unten gesehen war noch irgendwo ein Zeichen Ne, 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 ah, runter Ach, da ist es doch Wo geht das jetzt hin? Da hoch Kann ich hier so Perfekt Ah ja, ich erinnere mich Da war ja was So, gehen wir mal hier lang Jumpen hier komplett durch Hier schon fast schon Assassin's Creed Ich bin bereit sein, zurückzuschlagen Diesen Pellern zeigen, wer ihr das Sagen hat Was haben diese Schwachköpfe nur? Wissen die nicht, dass das Pinguin-Gebiet ist? Vermutlich nicht Sie werden es bald wissen Sobald wir den Befehl kriegen, legen wir sie alle um Ich will Blut sehen Ich will, dass dieser Schizofreak Two-Face den Tag bereut, an dem er hergekommen ist Ja Später rücken wir in sein Gebiet vor Mal sehen, wie ihm das gefliegt Nochmal, wir üben nochmal Ich bin bereit Ich auch Gut Doppelausschaltung Knack Der Flandermann zeigt dir, was ne Hake ist Oh wow Das war sogar wirklich ein Haken Na gut Ausschalten kann ich So, da runter Wieder hier hoch Alles klar Hätte ich gerne früher gewusst Warum ist es Blut, was hier überall rum Ah ja, Blut beschaffen Mh, mh Äh, da unten Nein Abfahrt Da lang Und da hoch Was ist das denn da? Das ist einfach nur eine verringene Zeppeline Die Blutspur führt nicht weiter Ich kann die Attentäter nur finden, wenn ich noch weitere Beweismittel ausspüre Äh, dann Jetzt ermitteln wir es anhand des Duftes What? Boah, das hier ist Gotham, nicht Tokio Hier gibt es keine Lüge Ach, lol Möglichst nah rankriechen Okay, ich dachte, das könnte ich jetzt ein bisschen Nein, nein, nein Ich wollte darüber Jetzt ja Genau so wollte ich das So Und jetzt werde ich ihr den Weg abschneiden Weil sie wird links langlaufen Okay, tut sie nicht Okay Sie rett einfach mir Sie rett nicht wirklich hinten mir weg Hilfe Movement Äh Blöppt nicht so Oh, jetzt hole ich sie ein Das sag ich dir Ich spüre es Achso, nee Ich soll Boah Smooth Du bist nur noch am Leben Weil der große Ras Al Ghul es duldet Oh Ruf ihn zurück Da bin ich Die kann ich erledigen Lass es Folge uns nicht Ich brauchte deine Hilfe nicht Ach ja? Ich weiß nicht Für mich sah das schon etwas anders aus Ich hatte alles unter Kontrolle Wieso hat Orphard dich geschickt? Er hat sich Sorgen um dich gemacht Nimm das Und lass es analysieren Durchsuch danach Die Krankenhäuser Und Notaufnahmen Jeder mit diesem Blut Wird innerhalb von 24 Stunden sterben Wessen Blut ist das? Oh Es ist deins, nicht wahr? Ich gehe in die Krankenhäuser Und kehre dann zurück Du brauchst meine Hilfe Ich komm schon klar Du wirst in Gotham gebraucht Es könnte schlimmer werden Viel schlimmer Meinst du? Wenn Strange wirklich Deine Identität kennt Und sie allen verrät Was dann? Wie willst du? Vertrau mir Ich finde eine Lösung Okay Du weißt wo ich bin Wenn du Hilfe brauchst Ich weiß Jetzt geh Geil Damit können wir jetzt Ein paar Sachen machen Ja Es gibt nämlich Eine Charakterbeschreibung Von mir Ja Leute Guckt es euch ganz genau an Ich habe keine schwarzen Haare Sonst Passt's Ich trage auch sonst auch immer So ein Outfit Ich habe auch immer einen Stock dabei Was aber wo sie jetzt hin Das heißt Das heißt Das Batman Den Pinguin ausgeschaltet hat Glaubst du Dass das stimmt? Ich weiß nicht Aber wenn ja Brauchen wir einen neuen Plan Wenn Pinguin weg ist Will Two-Face Zum Gegenschlag ansetzen Der übernimmt alles Ich weiß es Hat kein Wurm Hast du dich fertig gemacht? Nein Angeblich hat sie nur verletzt Er kommt wieder Niemand weiß wann Aber er kommt Hey muss man das dann irgendwie so Keine Ahnung Die Riddle Rätsel Die holen mich nicht ab gerade Ähm Dann mal darüber Sieht doch bisher ganz gut aus Keine Einbrüche Gar nichts Herrlich Okay Sounds good man Der Helikopter Ach ne Das wollte ich gar nicht Ziel markiert Ich wiederhole Wir konnten Batman lokalisieren Jawohl Perfekt Geil Schön Zerstochen Die rennen weg Das ist ja meine So Gehen wir mal da hoch Das sollte man doch mal relativ schnell In der Halt Wohin Oh ne Sessel wieder hier mit mir Dirty talk führen Das habe ich ja keinen Bock drauf Hm Why not Wenn sie es anbietet Guckuck Ich bin zu hart momentan am Assassin's Creed Vibe Wenn einer da gerichtet wird Dann kommt auch mal dieser Beobachtungsbogen da Und ich dachte okay Dann kommt der Bogen Shit ey So Was ist jetzt hier Oh Oh das wollte ich nicht Das wollte ich nicht Leute Das ist zu mir echt live Tschüss Wie hat er mich nur so Drive Bye Hab mich wohl geehrt Du sag Hat er mich nur so Drive Bye mitgenommen Zack Shit Ah ist so schön Wieder hier drin zu sein Macht Bock Was ist passiert Ich konnte keine finden Bitte Ist nicht meine Schuld Ah das ist ja funny Du hast nämlich mit Du bist derjenige Der nicht getan hat Was er tun sollte Das heißt dann wohl Dass du auch derjenige bist Der leiden wird Easy Rhythmus habe ich Hilfe Halt Hilfe Da sind Drei Vier Stück Davon aber drei Mit Waffe Oder Kann ich nicht Irgendwie so So gucken Ne Entscheint nicht Ah ok Man sieht es sogar Der hat ein Sturmgewehr Sturmgewehr Schrotze Sturmgewehr Also alle drei Das heißt die beste Chance Oh Es ist Batman Machen wir mal so Die politischen Gefangenen Die retten wir Vielen Dank Ich werde einen Ort suchen An dem Mich diese Tiere Nicht finden Yo How's the rain So Kann ich hier eine Doppeltausschaltung Kacke machen Perfekt Digger Lol Sind die lost Das ist ja funny Ich gehe nach unten Unter der Oberfläche ist Gotham Ein Irrgarten aus Stahl und Eisenstreben Mein Signal könnte darunter leiden Versuche es nicht zu verlieren Ich leite zusätzliche Satelliten für Überwachung um Viel Glück Bruce Lieber nicht Do not push Scheiße Das wäre geil gewesen Wenn irgendwas passiert wäre War das nicht im Dingens Teil War das doch oder Im Teil davor Vorrigen Da war doch Hier Doc Killer Krok